Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja die sind jetzt im Wald Kies und Kreis, ja Kies und Kreis, ja die sind jetzt im Wald Gott, dieses ganze Trommelspiel und mit den Stöckenrasseln geht mir so auf die Nerven Gibt's hier keine gescheite Musik, ich brauch Informationen Hallihallo, Hallöchen liebe Freunde Ich habe Informationen für euch, denn ich bin's, Kyle Uluglack von den Insel Waldnews Und am Muschelstrand Nord hat sich eine neue Musikrichtung gebildet Wir haben vor Ort nachgefragt Naja, gut, ne, Puller Paule, der hat so ein schönes, jelbes, schaumiges Getränk erfunden Das haben wir uns alle hinter die Binde gegossen Ja, dann haben wir natürlich alle ein bisschen Kaffes gekriegt, ne Und haben uns hier gegenseitig schön in der Fresse gehauen Haben wir gesagt, das geht so nicht weiter, wenn alle kaputt sind, ne Haben wir gesagt, regeln wir mit Musik und Gesang Meine neue Lieblingssängerin ist Helene Pister Ne, die macht super Songs, das glaubst du ja nicht, ne Die geht nämlich, äh, anuslos durch die Nacht Das ist der beste Song von ihr Sing ich jeden Tag Danke, das war Kyle Uluglack Viel Spaß mit der Heimgesichtrichtung Schlager Am Muschelsrand Nord Ich glaub, Kyle verlegt langs da so ein bisschen Die Hoffnung, ne Mit der Helene, Helene Pister Anuslos durch die Nacht Ich würde ja so gern kacken, aber ich kann nicht, warum? Mein Motto ist anuslos durch die Nacht, nicht? Die, die Schelene Pister Nicht, er hat es auch, ich hab einen so'n Onkel in meiner Familie Der sagt immer am Ende vom Satz nicht Ja, ich, ich kenne Ich kenne Menschen aus, aus Ostdeutschland Die sagen immer Warne am Ende Warne, ja Warne Und ich kannte einen aus Hamburg Den haben wir halt immer nachgedacht, weil der immer Uder was So Der hat immer Uder was gesagt, ne Das war eine schöne Lücke, der was, ne Waren wir auf den Kiez oder was, ne Und dann Also die Familie meiner Freundin sagen Die Menschen dort immer am Ende eines Satzes Verstehst Verstehst Ich so, ja, ich höre dir ja zu Klar, verstehe ich's Boah, wie kommen wir da wieder rüber? Ich hab's verstanden Streets Wir müssen auf den Streets fahren Die Dschungelstraßen, die uns durch die Nacht führen Da muss man ein bisschen Ton machen, damit wir das auch hören hier, wenn wir durch den Wow, 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 wow Wow, wow, egal, macht nix Wow Da Ja Nochmal drauf Halt drauf Ah, Mist Der Baum rettet ihn, aber Bam Ja Stirb doch endlich Er hat ihm guckt ein Stück von seiner Schädeldecke raus Verdammte Radfahrer Nein Ich würde ihn echt jetzt gerne kurzfristig irgendwie mit einer Waschbärmutter verprügeln Aber leider haben wir keine hier Weißt du noch, wie wir die mit Steinen unterbombardiert haben? Das war ein Moment Das war ein schöner Tag Ja Wie wir die Waschbärmutter mit einem Stein erwischt haben Das war ein schöner Tag Das war richtig geil Ich glaube, sie hat einen Zahn verloren Fand ich richtig gut An den Tag erinnere ich mich gerne Guck mal, hier ist ja eigentlich dann der Übergang Ja, dann fahr doch da drüber Da ist doch links die Straße da eingezeichnet Wenn die da eingezeichnet Ja Ja, da hättest du auch weiter links War die Straße eingezeichnet Aber hat auch gepasst Naja Sagen wir mal, wir müssen nämlich da oben in die Höhle Sammeln wir Stöcke ein? Ich kriege immer so ein Stockgeräusch Wenn ich hier durchballer Ich weiß es nicht Aber ich habe eh Vollstock Na vielleicht sammeln wir sogar wirklich beim Fahren Stöcke ein Ja, so ein Stockfreund Stockfreunde Schiller, ne? Ja Stockfreunde Villa Villa Ich habe immer so ein Stockloot Das Stöcker Das Hans-Hiller-Museum Boah, den ganzen Baum entrindet Hast du gesehen? Aber richtig geil Das war schön Ich hätte irgendwann Ein Baum gepellt Irgendwann, weißt du Wenn ich alle meine Steuern bezahlt habe Was ja noch so ein paar Jahre dauern kann Und wenn ich meine Krankenkasse bezahlt habe Was auch noch ein paar Jahre dauern kann Aber dann Dann werde ich nach Amerika fliegen Und dann werde ich ins Klaus-Barbie-Museum gehen Und dann wirst du den Mercedes klauen Dich an deinem Zigarettenanzünder verbrennen Und einen Rockerclub provozieren Boah Waschbär Boah, noch einer Kannst du Familie Ja Ja Geil Guck mal hier Zack, noch mal drauf Kommt auch richtig Blut raus Siehst du es? Wir können gemeinsam reinstechen Heute Abend gibt es einen richtig schönen Waschbären Da steh ich mal rein hier Heute Abend gibt es einen richtig schönen Waschbären Tonight we eat a roadkill Sag den Kindern Bescheid Alter, wie das Ding auch direkt gehydrat wird Boah, war aber da ist noch ein Reh Können wir das vielleicht auch noch überfahren? Würde meinen Tag komplett machen Richtig gut fühlen, wenn ich jetzt so viele Tiere überfahren habe Man kann nicht zusammen einsteigen Man kann nur nacheinander Aber irgendwo eben Da, da vorne ist es Da sind mehrere Da sind mehrere Halt drauf jetzt Ja, ja, ja Ah Mist Oh nein Die Steuerung von dem ist so sensibel Jetzt gehen wir natürlich in den Wald Wo jeder Baum magnetisch ist für uns Ich sehe kein einziges mehr Du? Ne, hat er abgehauen im Dickicht Bombstein Da, da drüben Das liegt sogar Das ist unschuldig Ah, aber die sind so schnell Das ist auf der Lichtung Könnte man es erwischen Naja, keine Ahnung wo es hin ist Ist weg das Vieh Achso, steigen wir aus Ja, hier drüben ist die Höhle Wo wir rein müssen Hier ist nochmal ein bisschen Zeug Und da vorne ist der Viehtreiber Ah, den können wir auch mitnehmen Das ist natürlich nice Alter, was ist das hier für Busch Buschfutter So, gib her das Ding Viehtreiber Deluxe Ah, jetzt müssen wir hier in die für immer Höhle rein Ja, so ein paar alte Regeln sind noch da Ne, also die alte Höhlen Ja, die drei Wochen wo wir das, wo das her ist Wo das gespielt haben Das sind halt auch wie ausradiert Das ist ja Haben auch alle Zuschauer schon wieder Ich habe auch selber vergessen Was wir gemacht haben in der Zeit Also Ist natürlich auch immer so eine Sache, ne Ich kann dir nicht sagen Was in den drei Wochen passiert ist Ich kann dir nicht sagen Was gestern passiert ist Weil einfach Mein Gehirn völlig kaputt ist Ich muss lustige Sachen im Internet sagen Mein Gehirn funktioniert nicht mehr Weil hier liegen voll viele Uhren und Lappen Ich wette Ich wette Wenn irgendwann mal jemand Mein Gehirn untersucht Das ist wie so ein Boxer-Gehirn War er Schwergewichts-Weltmeister Ne, ne, ne Der ist einfach nur so ein grauer Klump Ja, ja Oh, war er professioneller War er professioneller Boxer Und hat dann noch gewrestled Ne, eigentlich nicht Hat eigentlich gar keinen Sport Alter, wie viele Köpfe hier rumstehen Die man alle looten kann Ein paar Loot-Heads Ah, ich glaube, es war doch die Cape, oder? Die erste, wo man rein musste Ich weiß es nicht mehr Oma, die macht auch so ein Gesang So ein schmalzigen Ist doch Helene Schelena Schelena Vagina los durch die Nacht Vagina los durch die Nacht Küsst das Leben Mit seiner Pracht Boah Ich hab ihm den Kopf abgehakt, Alter Davon da brennt noch eine Alter, und die hat hier so Nachtgausen irgendwie Naja, die hat so Mitternachtsgausen Mitternachtsgausen, die im Dunkeln irgendwie ableuchten Da gibt es so eine Mitternachtsmilch Boah, da kommt noch einer, der unverbrannt ist Okay, die ist dann Erledigt, hinter dir, hinter dir, hinter dir Ja Boah, ey, Wilds Bei Pillen gehen aber auch gut weg, du, ne? Ja, aber die sind auch lecker Also das sind echt Aber warum Macht er dann, ne? Also warum hat er jetzt die Taschenlampe Wieder gegen das Feuerzeug ausgetauscht Nachdem ich die Pillen gegessen hab Ach, keine Ahnung Das ist alles so ein bisschen mysteriös Ich hab hier meine für immer Fackel So, wo gehen wir jetzt hin? Guck mal, da hinten links lagen Leute rum Hast du gesehen? Ja, hier sind Pillen Hier sind Pillen Oh, nice Und Happy Meals Ja, potenziell können ja auch die Dinge jetzt völlig anders sein Ne? So rein theoretisch Ich hab keine Ahnung, was sie da nochmal geändert haben Oh, hier ist das Kreuz Ja, es gibt auch mehrere Kreuz jetzt, ne? Oh, oh, Johnson, Inc Johnson, Inc Da hinten an der Wand ist nochmal ein Licht Also hier ist Dead End Ah, okay, da müssen wir eh nach da hinten Da sind wir runtergekommen Und ja, da müssen wir irgendwie hin jetzt Ja, weil hier ist doch dieser Treffpunkt der feuchten Höllenbanditen Der nassen Banditen Wir sind die nassen Banditen, yo Feuchten Banditen Red Lamp Storage Fly Gold Hier ist nochmal Knocher Und das Relikt hat jetzt irgendwas zu sagen Ja, das Relikt kann jetzt auch eingesetzt werden Ist eine Waffe und alles Aber im einen sei gab es ja auch schon so eine Power Relikt Waffe Was ist das? Ach, hier, Gumba Ach, Gumba Der Gummelboy Der steckt fest, aber der ist auch peaceful Guck mal, was der da unten für ein süßes kleines Gesicht hat Sieht aus wie deine Cousine Jamelle Cousine Jamelle Cousine Jamelle Oh, wir haben keine Electronics, ne? Ich hab keine Uhr und keine Electronics Aber ich hätte eine Granate noch in der Tasche Dann haut drauf Ich hab hier, hier sind auch noch Zeitdinger gewesen Ne, die Granate kann ich nicht auswählen Die ist nur Platzhalter Achtung Hier liegen auch Bomben rum Bei dem Knilchgast Knilchbomben liegen hier Ah ja, nice Hm, schön brockig Oh, komm mal, hier kannst du so ein Naschbein und einen Nascharm mitnehmen Oh, ne, ich brauch so eine Hand Für, zum Essen Für, für die Forschung Für die S-Forschung, ja Ich muss eine Hand snacken Oh, hier ist Musik Oh nein Die wollen uns wieder an die Copyrights Ja, die wollen uns Copyrighten Wo ist dieses scheiß Radio? Hab's Schlimmer als jeder Feind, ey Hab's nicht Ich, boah, ich bin direkt tot Und liegt direkt in der Radiozone Alter, jetzt machen sie das Radio Du musst reden, du musst reden Die sind Ich, ich komm nicht dran Ich Bist schon wieder tot? Ja, die haben mich direkt nochmal Und haben Die sind voll viele Gegner Ja, und Sprengstoff Ich hab's kaputt gemacht Boah, die hat richtig ekelhafte Schmandgaußen Boah, ich bin schon wieder Was hat mich jetzt getroffen? Ist hinter uns auch noch was? Hinter dir war so ein Fingerspucker Ich zünd' alle an Boah, ja Mitternachtsgaußen Boah, ich brauch dringend Ähm, ein paar Schmengel-Souls, Alter Ich mach jetzt erstmal auf Kamikaze Bin down, aber ich hab hier schön Kamikaze-mäßig angezündet Wenn wir nicht mehr so viel haben Ich hol dich, ich hol dich Ja, ich hab ihn entsaftet, Alter Jetzt reinstechen Schön in seinen Saftbeutel Ich komm nicht mehr Doch, oder? Ja doch, du stehst rein Ich muss mich irgendwie hinten anstellen Ja, jeder Der Beutel Der Beutel Einer nach dem anderen Ich glaub, ich mach mal ein bisschen Fleisch Weil es heilt auch Wo hast du denn Fleisch her? Na, war doch so Höhlenfleisch Hab ich hier so Von dem Dicken Hab ich das mitgenommen Werde ich mir jetzt einverleiben Boah, ich hab auch ganz viel rohes Höhlenfleisch Dann mach ich mir gleich auch nochmal eine Portion Wenn du da fertig bist Warum brennst du schon wieder? Boah, ich bin irgendwie mit dem Zeh leicht rangekommen Kannst du an, dass ich jetzt tot bin? Boah, Alter, ganz knapp Ich kann drauf pinkeln Schnell pinkel drauf, pinkel drauf Komm, du zündest dich doch absichtlich an Steck's doch erstmal ein Bevor es abbrennt Na, ich hab mir so ein So ein schnelles Ja, Fleisch halt Nicht mehr so viel Ich hatte irgendwie das halt mehr Was halt echt ganz wenig nur noch Vielleicht haltest du ja auch eher langsam Du musst halt komplett satt Und komplett undurstig sein Glaube ich zum Heilen Ich hab jetzt nochmal Schwengelgolds reinge Zwitschert Und spielst du mir da schön Mit nem Mountain Dew Dry Nimm dir mal vor dem Essen Dry Dew Ne, ich baller mir die mal vor dem Essen rein Das ist angenehmer Normalerweise hast du hier super viel Stoff Die ganze Zeit Stoff ist richtig Mangelware Erstmal noch ein paar Mollis bauen Schönes Let's Plane die Länge ziehen Ja, immer diese Baufolgen Zwei Folgen haben wir fast nur gebaut Nichts, also wirklich gar nicht Nur Häuser gebaut Ist schrecklich mit anzusehen Dass du in 40 Minuten 10 Minuten gebaut hast Ist schon echt Also das Ist ja quasi Ein Viertel Ja, man kriegt halt nix für sein Geld Ne, muss man schon mal sagen Ja, eben Und dann bezahlt man auch noch so viel Um sich das hier immer anzugucken Also das ist schon echt dreist Was war das denn? Guck mal, hier liegt so ein So ein Mini-Knochen Oder was ist das? Ne, das ist so ein Steinchen So ein Oh, wow Ähm, da ist ein Da ist ein Austerschlecker Du sag mal Haben wir nicht eigentlich auch schon Eine stärkere Axt? Ja, ne? Dann nehm ich die doch mal mit rein Hier Oh, da brennt ein Mann Oh, die burnen richtig, die Boys Der andere kommt von der Seite hier Siehste, wusste ich es doch Wo ist er hin, ey? Oh, den habe ich niedergefackelt Hier ist noch Jongo Jongo, er klöpfe gegen meinen Holzbeinen Was gut ist, wenn ich die anzünde Kann man sie immer so schön sehen So, hier kannst du reinschlächen In den alten Drops Ja, aber das ist, wenn du anfängst Haut von anderen zu tragen Bist du auch angekommen Auf der Insel Ja, ne? Dass dann weißt du, dass du einer von ihnen bist Stay out Wer hat denn stay out auf eine Leiche geschrieben? Hier ist ja also jemand vorbeigekommen Ja, die schnippen Es sind ja hinten weiter drin Hier auch noch ein paar Leichen Oh Boah Wie war das? Ja, hier Achso, hier die Salmjagdzwillinge wieder Die brennen aber nicht lange Die sind ganz schön nass Ja, die haben sich vorher auch mit Mit alten, nassen Wickeln ein Eingewickelt Vorsicht Ich bin fast wieder down Mal eine Blätterrüstung bauen Die ist, glaube ich, nur gut Um sich draußen vor den Kannibalen zu Jetzt ist sie red Der macht jetzt so ein Laufgeräusch Hast du gehört? Der trampelt so ein bisschen Ja, ja Das sind irgendwie so ein Paarhofer, ne? Aber geil Gönne ich mir noch eine Dose Schwengelgold? Ja, die Schwengelmauler Ich bin richtig abhängig Ist voll geil Ist voll geil Ich ernähre mich eigentlich nur noch von Softdrinks Gammeligem Menschenfleisch Und Pillen Hä? Kommen wir hier nicht her? Ne Boah, Alter Alter, was für eine Babybrigade hier Oh, wieder hier Belgische Busbabys, Alter Die bespringen einen Wenn du kein Ticket hast Bar-Belgische Busenbabys Ich höre auch ihre Barfuß-Pachellis hier Ihre Pachellis Ja, ja Die Pachellis nennt man das In den Kraftkreisen Ja, so ein Baby-Pachelli Wie? Der ist noch feucht Hey, muss immer schön trocken wickeln Die Belger Da ist ja noch einer Ey, sehr aggressives Verhalten Er hat aber RIP Ich hab eben gerade Ah, hier ist das Electronic Ich dachte schon Standort Elektronik Was ist ein Electronic? Ja, zum Bomben bauen So eine Platine Achso Leiterplatte da Ja, okay Okay, okay Da ist noch ein Laptop Kannst du jetzt zerhacken Oder ist der durch? Oh Hier liegt einer bei mir Siehst du den? Ne Na gut, dann ist der durch Ich hab so das Gefühl Als wären die Sachen seltener Weil davor sind wir auch Nur durchgelaufen Haben ja so viel Kram gehabt Immer, ne? Ja gut, aber jetzt haben wir auch Kram Also ich hab schon Aber nicht zu Sachen wie Elektrozeug Das ist meine erste Platte hier Ich hab eine aus dem Radio rausgeschlagen Aber konnte ich nicht einsammeln Wegen dem Kampf Und dann hab ich's wieder vergessen Na die Höhle Gibt's tief neu Ja klar, aber auch Nietzsche Hat doch schon gesagt Durch diese feuchte Höhle Wird er kommen Das stimmt Oder Picasso Ich weiß nicht Einer von den beiden war's Schleckasso Aber Juan Picasso Aua Was war das? Ich hab Schaden gekriegt Weil du mich geschlagen hast Hä? Ich hab ne Kiste zerstört Wie hab ich dich denn da Bitteschön getroffen? Ich hab auf den Boden gehauen Was doch kein Axtführerschein ist Wenn du überhaupt mit solchen Leuten rumgehst Eigentlich wahnsinniger Selbstmord Axtführerschein Das ist doch auch gar kein Axtführerschein Na klar, Alter Ich hab hier Tomahawk-Wurfscheinen Ich hab Sportkettensägenführerscheine Ich hab Sportkammerhauts Zuhause Das ist eine große Auswahl an Sportkettensägen Achtung Ne, die sind verbrannt und zerhackt Die machen nix mehr Aber die kann man nicht irgendwie komplett verbrennen Dafür sind die zu geölt, ne? Obwohl, der hier brennt gut Doch, die kann man verbrennen Das dauert nur sehr lange Lange Die werden auch irgendwann dry Ja, es ist halt Das ist Knochen Wahrscheinlich Was denn sonst? Ja doch, guck mal jetzt Der eine kriegt schon so ein bisschen Ey, ist aber auch echt geil gemacht, ne? Wie diese Mumie, die sie gefunden haben Da auf Mount Everest Und so ist die entstanden Mit Feuer Ja Ja, Knochen halt, ne? Du hast zu viele Knochen Ja, deswegen brech ich mir die auch ständig Oh, da hinten tanzt irgendjemand Den Tanz des nackten Mannes Hast du noch irgendwas zum Sprengen? Ja Dann schmeiß doch mal auf den Truff Eine Haftbombe von vorhin Ich muss sagen, die Beleuchtungseffekte sehen schon geil aus, ne? Ja, wie er da so steht Ich hab noch draufgeworfen Oh, ich wollte noch ein Warst du jetzt gestorben durch den Molly? Oder ist es explodiert? Das Ding ist explodiert Das hab ich nicht gesehen Bei mir gab es keine Explosion Reinstechen Guck mal, ich hab jetzt wieder Arm 7 Weil ich wahrscheinlich Fleisch gegessen hab Ich hab Arm 7 Ich hab 7 Boah Oh, da ist noch einer Alter, wie er brennt Oh, der ist sauer Glocken, Glocken Der ist sauer, ja Der hat jetzt auch so'n So'n Kampfschrei irgendwie, ne? Naja, der hat Wir haben alle jetzt irgendwie Ne Vertonung Davor sind ja irgendwie Stumm auf dich zugelaufen Haben dich abgerüstelt Aber jetzt hörst du das Den Schmerz Hörst du jetzt Jetzt neu mit Schmerz Was haben die hier? Boah Achtung Babybrigade Alter, schon wieder so'ne Belgische Die werden schnell durchgerüstet, ne? Die gehen schnell, ja, ja Guck mal, wenn die einmal so angerüstet werden Sind die schon kaputt Jetzt schlägst du, oder? Ich hab das für ein Radio Ne, das sind diese Werkzeugkisten Die gehen aber auch nicht auf, ne? Ne, damit kannst du gar nichts Mal ins Müll Guck mal, da hängen sie Die, die Facharbeiter Achso, hier Die drei lustigen vier Kenn ich doch Die waren auf dem Salza-Arm Von meiner Chante Die drei lustigen vier Von der Von der Tanke Ich mein, hier geht's jetzt wieder raus, oder? Es geht auf jeden Fall nach oben Und rechts höre ich Wasser Irgendwie Hier ist so ne Knoche-Höhl A Knoche-Höhl Wo denn? Ach da A Knoche Ach, schon ne große Höhle wieder, ne? Ja Alle riesig Perfektion-Wochen-Ausflug Boah, ich bin Boah, das ist mir den Todesstoß gegeben Das Baby klettert in mich rein Es will nochmal geboren werden Es braucht noch ne weitere Geburtserfahrung Jiii, Alter Hier geht's nach oben Ist das richtig? Ich weiß nicht Wo geht's nach oben Da drüben? Hier An der Seite Rechts Ah ja, guck mal Hier oben ist Zeug Hey Wir sagen hier nicht so Zeug So, nochmal hier so ne Platine Da ist nix Aber auch sonst nur So ein alter Mann Der sich irgendwie Der sich mit Knochen verglüht hat Dann machen wir hier Dann machen wir hier ein Lager Da hat sich halt Seine Kameraden gegessen Nur so ein fettleibige Leiche Das wäre witzig, ne? Wenn die Leiche so richtig speckig wäre Die Waldknochen So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Wir werden kommentieren Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen und Ciao Tünde 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 Tünde